Ich glaube, diesmal geht es um keine Aliens. Oh, bevor du startest, mach sicher, dass dein Mikrofon super connected ist. Wenn du alle Features aktivieren willst, erinnere dich daran, dass... Oh Gott, das ist mir... Masterball, danke für 10 Euro, vielen lieben Dank. Dankeschön, Masterball, danke für 10 Euro. Hallo, mein Schatz, wie geht's dir? Ja, gibt's... Masterball, ich grüße dich. Kannst du dein Pullover zeigen? Das ist von Outer Wilds. Das hat die Minerva. Das sind die Planeten von Outer Wilds. Hat die Minerva mir geschenkt. Masterball, danke für 10 Euro, vielen lieben Dank, Karl-Domben-Schatz. Haben wir mir die Horrorgames vorschlagen. Mozart, Madison haben schon durchgespielt. Ich habe ein 2-Channel, Capuzon Plus, da werden alle Sachen vom Stream hochgeladen. Aber ich habe ein Disco-Channel und da gibt's Bespiele-Vorschläge. Kannst du es gerne reinposten, weil du kannst es jetzt schreiben, dann vergesse ich es wieder. Also, auf der Disco am besten, wenn es okay ist. Das geben wir wieder mit. Also, genau, genau, warte, ich muss vorlesen. Genau, also das Spiel, du holst das Meister raus, wenn du halt redest. Es wird nur einmal abgespeichert und alles, was passiert, ist irreversible. Also, kannst du nicht mehr wiederholen. Aber, das heißt, ich kann nur einen Versuch zum Spielzug zu spielen. Keine Sorge, der Tod doesn't mean that you have to start everything from the beginning. Gerade wenn du stirbst, dann heißt es nicht, dass du wieder von vorne beginnen musst. However, it can be an impact on the ending. Es kann aber einen Endfluss aufs Ende haben. I decided to ensure to journey interrupt. Okay, also circa zwei Stunden soll es dauern. Nicht so lang. Ich hoffe, geht mit dem Mikrofon, ich hoffe, es geht. Ich bin gespannt. Das ist ja so sehr leise. Also, ich glaube, ich starte nochmal neu, aber das ist ja, also, da, also, da höre ich gerade den, 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 hier, äh, den Darmsturm lauter auf der anderen Seite atmen als das Spiel. Obwohl, da, ja, also, kann man das irgendwie lauter drin oder ist das Spiel zu leise? Ist das Spiel zu leise oder, oder, das ist ja, also, da, äh, äh, ist das leise? Oder, also, danke, Mariko, meine Hübsche. Ist das leise? Kann man das irgendwie lauter machen? Oder ist das Spiel, oder bin ich da das so? Ich hab das so leise gehabt, ich trottel. Entschuldigung. Ich hab das so leise. Ja, auf dem Razor-Headset gibt es so ein Rädchen. Und da wird das Headset immer leiser. Und wenn man da ankommt, und da kommt man leider sehr leicht an. Okay, das ist schon sehr laut. Das Spiel ist scheiße laut, ich muss es leiser machen. Jetzt ist es zu laut. Okay, Chad, ich beginne nochmal von neu. Jetzt, äh, hat er die Untertitel irgendwie. Warte, okay, die Untertitel sind jetzt weg. Wir, wir starten nochmal von neu. Okay, okay, sorry. Äh, äh, jetzt sind die, jetzt hat er die Untertitel gelöscht. Okay, das Spiel ist wirklich gestern rausgekommen. Da gibt es sicherlich noch ein paar kleine Fehler. Äh, okay. Entschuldigung. Okay. Wir starten nochmal von neu. Damit ihr immer sie wirt seid, wie man das im Englischen nennt. Äh, Mary the Tree. Keine Englisch-Lektion. So, gut, wir gehen mal kurz so jetzt. Jetzt aber. Jetzt, Waldgill setzen sich hin. Jetzt geht's los. Okay. Begin Experience. Okay. Das ist ein bisschen nervös. Wyatt, danke für kommen so schnell. Danke schön. Ich bin einfach zurück in die Stadt. Und wenn ich hier bin, habe ich gesehen, habe ich blöd all over dem Ort. Ich bin terrified von meiner Frau, Sophia. Sophia. Die Passion war bei der Piano. Und sie ist nur 14 Jahre alt. Möchtest du, ich bin 14 Jahre alt. 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 Das Spiel ist leise? Schönen, mir hautst du fast die Ohren weg. Das Spiel ist leise bei euch? Okay, dann mache ich wieder lau. Komm, ich bin mir leiser. Ich bin 14 Jahre alt. Und sie ist ein Piano und Musiker. Ich bin Angst, dass ich zu viel Fokus auf meine Karriere bin. Und ich bin kein guter Vater für sie. Was ist das? Okay. 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 Er redet halt leises, ja. Okay. Okay, ich gebe das gleich. Okay. Ich helfe Ihnen, Mr. Sakamoto. Okay, also Story ist so, seine Tochter, die ist 14, die spielt verrückt und die Mutter von ihr ist gestorben und ich soll quasi schauen, was mit der Tochter ist und er bezahlt mir alles, was ich will und ich soll quasi seine Tochter retten. Bin ich schon? Find my daughter. Also ich soll, genau, warte mal, ich mach mal kurz die Sensitivität der Maus ein bisschen runter, so, weil es ein bisschen sehr schnell. Nochmal ein bisschen. Shit, ist die Lautstärke jetzt gut oder schlecht? So. Okay, also ich kann, warte mal. You can turn on the lights and off by using lightswitches. Oh, warte mal. Oh, wenn ich shift, drücke ich jetzt das Video an. Hinter mir ist ein Mikrofonsymbol, das leuchtet, wenn ich shift drücke. Hallo Tochter. Wir sind schon da. Wo ist denn das Bier? Praktikate. Okay. Japanisch. Oi. Ist der Entwickler auch japanisch? Okay, ich schau mich mal um. Was soll schon passieren? Hallo Dekelo, mein Schatz, wie geht's dir? Und nochmal, Master Ball. Danke für den Augen, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Der hat aber viele Citronen. Ich hab das Gefühl, wenn ich so viele Citronen hätte, wird die Hälfte wieder schlecht. Ah, Nüsse geknackt hat er da auch. Ich hab den abwaschiert, aber schon machen können, bevor wir herkommen sind. Hä? Das sind Limetten, ich meine ich eh. Sorry. Aber die werden, also so viel, die würden mir schlecht werden. Grafisch ist gut. Warte mal, was ist, was kann ich machen? Move the camera to find a clue to examine and hold down the zoom button. Keep in mind that there may be more than one clue in a viewport. Okay, also wenn ich, ähm, ich soll die Kamera bewegen, um einen Hinweis zu finden, wenn ich, äh, um, um ihn zu untersuchen, den Zoom-Button drücken. Was ist das Zoom-Button? Ah, Ace Kick. Ah. Okay, gebrauchte Streichhölzer in der Abwasch. Jemand war hier erst vor kurzem. Ich muss rausfinden, wer. Und, wenn sie keine Informationen haben, über die missingen Person, woher. Und, ob die Hinweis halten, wo die, wo die, die Tochter verblieben ist. Schmutziges Besteck. Der Nyriaks war da. Dirty dishes with dried paint stains. Gott, das ist mein Ende, du bist. Someone hastily tried to clean up. Davidicke, danke, 14 Euro. Lass sie nicht erschrecken, Davidicke, passt bei uns nie. Danke, 14 Euro, mein Hüpfchen, wie geht's dir? Hab gerade das Horrorspiel mit der lieben Oma geschaut. War gut, hier findet's gefallen. Hallo, wir schauen's. Davidicke, danke, 14 Euro. Vielen Dank. Danke für ihn, schön, dass du da bist. Okay, also, denke ich, das Geschirr? Okay, Blutabdrücke am Schneidbrett. Unheimlich, und ich werde nicht aufhören, bevor ich was gefunden habe. Ah, gut, okay. Also. Okay, aber das sind Kinderhände. Das sind, ja, oder? Ah, ich hab alles verpasst. Ninhard plötzlich Nudeln gemacht. Oh, Marvin, jetzt. Marvin, ich hoffe, es war gut. Wir sind, wir haben jetzt gerade bei dem Spiel begonnen. Oh, was hast du denn? Achso, warte, ich kann alles. Ah, ich kann alles. Wieder dreckiger Abwasch mit getrockenem Blut. Okay. Eine Schüssel? Aha. 16,59 ist es? Und hier ist es 12.08. Wie spät ist es jetzt? Wie spät ist es jetzt? Nö, Reakt, ha? Oh. Okay. Hab ich... Ich hab ne Tashenlamp. Kann ich da rein? Nee. Was ist denn Geräusch? Alter, oh. Hey, sieht aber schon sehr gut aus. Okay. Schönes Wohnzimmer. Kann ich den Fernseher anmachen? Warte mal. Hallo, bist du da? Oh, ich muss wieder eh reden. Hallo. Where... Where are you? Where is the beer? Hat sie nichts gesagt? Oh, Fingerabdrücke am Piano. Bloody Handprinz. Mr. Piano-loving environment. What's mit der Sophia passiert ist. Ich werde alles genau untersuchen, um Antworten zu finden, was mit der Sophia passiert ist. Auch. Bloody Handprinz. In a home, where Sophia loved playing piano. Sophia piano gespielt hat. Unheimlich. War sie in Gefahr innerhalb dieser Mauern? Ich muss es rausfinden. Aber was ist... Aber hat der Vater nicht diese Handadrücke gesehen? Und wo ist er hingegangen? Er hat mich jetzt einfach allein gelassen? Kann ich raus? Nee, kann ich auch nicht. Ich schau mal zum Eingang. Ey, geh mal mit dir. Hallo, Walshatz. Wie geht's dir? Kann ich hier auch was machen? Komm, flacke, Tim. Gib mir meine Taschen ab. Okay. Schmutz. Okay, Papier hat zusammengeknüllen, dann hat es keinen Wert. Aber in dieser Investigation steht jedes Detail. Ich werde die Geheimnisse aufdecken, egal wie klein sie sind. Geht doch mal, wenn ich hier ein Masterwold und Lilliblaid und Donnersdorf. Das dankt ihr euch doch mal. Ich hoffe, es gefällt euch. Schön, dass du das da setzt. Papierfetzen liegen hier rum. Oder Noten oder Messungen. Da ist dann ein... Ihr könnt sie zusammenfassen. Du könntest etwas, was sehr wichtig ist. Sie schießen auf seine Tochter! Ah, wieder geknülltes Papier. Ich werde die Geheimnisse aufdecken und was sie versuchen zu verheirnlichen. Ich mache den Fingerabdruck. Der darfst du mithelfen. Der Philipp macht die Küche. Ein bisschen Geschirr abwaschen, Philipp. Ist noch ja. Ich gehe jetzt in Sektor 2. Inspektor Blime, bitte decken Sie den Eingang an. Wir sind in den Keller. Tarte Rundhütte. Bitte schauen, ob da was drin ist. Babsi, wir gehen ins Badezimmer. Oh Gott, Babsi! Die war schon da! Babsi! Wie schaut es denn im Bad aus? Wie? Wie? Kann ich? Ah! Oh! Oh! Hier, Peter, wir hätten gerne einen Urinstein in Sektor 2. Ja, nur damit sie es wissen. Mir ist lange und danke für neun Monate. Peter, weg. I-Racer, danke fürs Ganze. Und Andrew, danke für deine Mutter. Vielen Dank. Ich glaube, ich will die Donuts aufpassen. Jenny, du bist die Erste, die oben alleine reingeht. So, du gehst ins Schlafzimmer. Blut am Kulettenrand. Handabdrücke. Ich sehe, dass hätte jemand gekämpft. Ähm, problemiger. Ich muss weiter schauen, was hier passiert ist. Wir hätten aber der Vater auch ein bisschen machen können, ne? Da oben auch warten die, doch die Leute weg. Oh, wir gehen versetzt. Wir gehen versetzt. Wir gehen versetzt. Ich muss weiter schauen. Ich hab' mit deinem Video gekämpft. Ich kann's auch nicht vergessen. Ich hab' richtig Spaß gemacht. Ich hab' echt einen Scheiß-Moment. Ich hab' gehört, ich kann's nicht mehr sehen. Oh, scheiße. Oh, Gott. Oh, Gott. Ah, wo war das Hinterbill? Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Was hast du ja jetzt gesagt? Seltsam, danke für 50 Euro. Vielen lieben Dank nochmal. Seltsam, du Verrückte. Und ich hoffe, dir geht's mal gut. Ich hoffe, wir sehen sich mal in real life. I can sit you. Jetzt hört's aber auf. Oh Gott, das ist unangenehm. Blutabdrücke am Waschbecken. Das war kein Unfall. Jemand wurde hier verletzt. Ich musste es befolgen und alles zusammen. Was hier passiert ist? Put your clues in the bathroom. Das blöd ich nicht flackern immer die Scheiße da. Oh, das war auch gut. Warte, wenn aber sagt. Ich habe nicht alles gefunden. Also, anscheinend. Weil sonst würde ich das hier immer sagen, oder? Weil ich kriege das mal schief, wenn ich alles durchsuche. Da oben auch. Habe ich gar nicht gesehen, schau. Da oben. Hier, öh. Hier, der Brummelwahl. Dieser Tatort erzählt eine unheimliche Geschichte. Hallo, du fremden Schau. Selicik. Das wäre wirklich mal schön, dich live zu sehen. Aber sitzt in der Pfalz. Da bin ich, weil der Kap auch niemanden mehr hinfühle. Selicik, vielleicht Gamescom nächstes Jahr oder so. Dieses Jahr oder so. Selicik, vielen Dank. Dankeschön. Aber das klappt doch sicher irgendwie. Selicik, vielleicht beim nächsten Kino-Vend, vielleicht fährt jemand meiner Zuschauer und wohnt bei dir in der Nähe. Das haben wir letztes Jahr auch so gemacht, dass wenn Leute vielleicht unterwegs waren, und dann haben wir es so gemacht, zur Mitfahrgelingheit. Vielleicht sowas. Das kann schon sein. An der Brücke. Hinter dem Fable Piano von der Sophia. Eine schlimme Szene, die Antworten verlangt. Okay, jetzt habe ich alles. Okay, ich muss. Nico, danke fürs ungesiebte Sprecher, danke für ein bisschen, vielen Dank. Okay, ich gehe. Ich dachte, das war ein bisschen Vogelkäfig. Okay, was haben wir noch? Eine Glocke? Die Melonen wieder? Warte, hier. Oh, Leute. Wir gehen, was ist? Heute spielen wir gerade noch ein Spiel und die Sophia rennt herum. Wie weit? Leute, vielen Dank. Was ist denn heute los? Ach, Viking, meine süße Biene. Da sind wir 30 Euro. Leute, vielen Dank. Dankeschön, Viking. Wie geht's dir? Hallo, lieber Putzi und lieber Chad. Ich bin heute etwas später an. Ey, harte Besuch. Ey, Viking, dir sei es vergönnt. Wie geht's dir, meine Biene? Danke für 30 Euro. Viking. Hallo, mein Schatz. Hallo, wie geht's dir, Viking? Schön, dass du... Wir sind noch nicht so weit, Viking. Wir haben bis jetzt nur den ersten Sektor durchsucht. Danke schön. Und jetzt, Minkin, herzlich willkommen. Danke fürs erste Monat. Wie geht's dir? Hälschen, Grenzen. Viking, Kopf hoch, du weißt. Es wird besser werden. Mein Schatz, ich bin für dich da. Vielen Dank, Viking. Gut sehen, ich schickt. Danke schön euch. Und ich auch... Oh, scheiße, das ist immer ein schlechtes... Das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn das... Ein Luigi-Board. Dieser Fall hat plötzlich eine mysteriöse Richtung eingeschlagen. Okay, ich muss, ähm... Ich muss, ähm... Vielleicht eine irgendwelche Connection zu dem... Zu der vermissten Person herstellen. Muss ich die Frau beschwören, die Sophia, wenn die tot ist? Er, 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 er... Er macht immer hinter allem, ähm... Macht immer so ein Drama. So. Melonen. Das hätte ich an so einem unheimlichen Ort wie diesen nicht erwartet. Ich muss schauen, wie das Ganze ins Pitzel zusammen sich fügt. Und was für schreckliche, reuen Taten mit der Erdbeere von gestern passiert ist. So, er macht immer so aus dem Drama aus so komische Sachen immer. Nüsse. Wer hat hier die Nuss geknackt? Das hat jetzt keinen Sinn. Das ist ein Luigi-Board da. Warum da? Das, äh, hier, äh, 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 das Ding vom Luigi-Board, das gibt einen ganz neuen Layer an diesem Fall. Ja, in der Alley, ich meine, wer hat auch können... Der könnt doch einfach nur Staub gewischt haben, ne? Es muss ja nicht immer der Lucifer sein! Äh, der hat dann können, hier, oh, hier, mit dem Swiffer fahre ich mal drüber, legt es mal runter, damit es mir nicht runterfällt. Weißt du, es muss ja nicht immer irgendwie der Lucifer irgendwo spucken, jetzt kann ich auch gleich, ich hab Staub gewischt. Hast ihn mal weggetroffen. Muss ja nicht hinter allem immer die böse Entität aus SCP vermuten. Muss ich jetzt rauf? Jasminchen, danke nochmal für drei Monate. Pumpkin, freut mich. Das Haus ist größer, als ich erwarte, aber... Uuuuuhh... Was ist das denn? Fragezeichen? Das ist aber auch ein sehr trauriger Raum, ha? Also, sind die gerade einzogen? Da hätte man schon eine Waschmaschine zu mir... ok. Ok, äh... Eine Blutspur... ... mit einer Handabdrück auf der... ...Wäsche-Falschmaschine. Umgeben von... ...schlecht richtender Kleidung, quasi. Willst du aufmachen? Oh Gott. Balance, danke für zwei Euro! Ich habe im Lotto gespürt und nix gewonnen. Deshalb bin ich gar nicht... Aber du hast ja nix gewonnen! Balance, danke für zwei Euro! Vielen lieben Dank, schön, dass du da bist! Ich bin aber sicher, beim nächsten Mal wird's was! Balance, danke schön meine Süße! Vielen lieben Dank, Balance! Was? Kann ich denn nicht... Kann ich denn nicht aufmachen? Wer ruft denn an? Was macht man kurz in meiner Wohnung? Die Steak! Ich habe mich selber eingeladen! Das Fenster war offen? War das Fenster immer schon offen? Wieso? Oh, ich bin immer oben! Ist auch oben! Oh, es schüttet! Maybe in Deutschland! Ich war zu langsam! Jetzt Masato Saketo again! Oh, Security Cameras, so wrakst! Aha! Ok! Ok! Ich bringe die Tochter zurück, aber ich bin da gerade im Moment! Danke für deine Dedication, Wyatt! Aber ist das nicht irgendwie, warum hat die Überwachungskameras in seinen eigenen Wohnungen? Ich meine, haben wir aber auch eigentlich, also eigentlich kann ich schon verstehen. Ich will nicht vergessen, dass du Voice, ja ich habe Voice-Dings im Spiel, aber kann ich die, weil, boah, ich, Voice-Recognition. Weil das Ding ist nämlich, schaut mal, wenn ich nämlich Shift drücke, dann kommt es! Aber nur wenn ich Shift drücke! Die Karte was a very naughty boy! Wir haben ja eine Cat Cam und schon geprüft, was die Katzen anstellen. Ja, es ist ja auch ganz cool, wenn du nicht daheim bist, dass du weißt, dass alles okay ist, ne? Wenn du eine Kamera hast, dann kannst du halt schauen, ob der Einbrecher nicht da war, zum Beispiel, ne? Aber ich bin ein Mädchen! Die Karte was a very naughty girl! Me, äh, Medizin! Bicidiran, Mixilosam, Behexinol! Okay, Pillboxen! Das erregt den Verdacht, äh, über den geistigen, über die geistige Gesundheit, über die Familie. Ich muss noch ein bisschen genau hinschauen und, äh, mehr Pillen. Oh, alles. Ich glaube, du kannst den Pillen und Pillen anschauen. Ja, ich schaue mich jetzt, ich muss ja alles anschauen. Pillen haben wir, wir haben den verschwunden Pochterhammer, ähm, Kann ich mit dem Bett noch was schauen? Ist aber ein sehr schönes Schlafzimmer, würde mir auch gefallen. Diese Flagge um die Tasche, das mach ich nicht, das ist im Spiel. Bis jetzt haben wir noch nicht so viel gesehen, aber ich find's eigentlich ganz cool. Also, erste Einung ist schon okay. Also, ist halt, ist ganz, ist ganz cool gemacht. Jetzt gibt's natürlich kein Visage oder so, ne? Aber, man muss ja auch nicht immer das Rad neu erfinden. Manchmal reicht's ja auch nur, ein bisschen gegruselt zu werden. Äh, hier fällt mir weniger Blut, weniger Pfingermessperfekt. Meloxicam ist ein nichtsteroideales Antiphysocholegum der Oxycam-Gruppe und wirkt durch Hemmung und Prostagladyn-Synthese. Ah, Meloxicam, boah, bist du in der Apotheke? Anal, analgetische und anipyretische Effekte. Anipyretische Effekte, das hast du jetzt aber ausgedacht, das Wort, ha? Ich glaub, du tust ein bisschen flunkern, gell? Du hast ja, glaub ich, jetzt grad ein paar Wörter ausgedacht, gell? Hehehe, ich hab dich durchgeschaut. Anakulupische Effekte. Oh, ja, ja, ja. Hehehe. Du, du, du. Immer da, der Wolfblut immer. Aber fast. Okay, dann geh ich mal zum Computer, glaub ich, ne? Balance, vielen Dank für 2 Euro. Ich wünsch dir beim nächsten Mal mehr Glück beim Lotto gewinnen. Und vielen Dank auch nochmal Viking und Sandy Jack. Vielen lieben Dank. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend mit uns. Für euer neues Jahr war bis jetzt gut. Oder es wird gut. Kamin? Kann ich ja nur so? Könnt ihr auch was drin? Nee. Was? Weltarchitektur. Warum haben die ein deutsches Buch, das Weltarchitektur heißt? Wieso? Welcher Japaner kauft sich denn ein deutsches Weltarchitekturbuch? Some are sicker than others. Holz ist im Kamin. Ja, das brennt. Ich dachte, vielleicht ist das auch ein Hinweis? Vom Westermann Verlag. Was? Ehrlich jetzt? Schimm Westermann Verlag. Na bitte. Da haben wir es. Das ist mein Haus. Westermann. Ich bin froh, dass ihr den Verlag erkannt habt. Denk ich mal am Computer. Sehr schönes Haus wie Wanne. Oh! Oh! Oh, E-Mail. Ah, warte. Ich hab's gleich. Admin? Nee, 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 nee. Brigitte. Brigitte. At gmail.de Und was ist das Passwort von der Brigitte? Brigitte. 1, 2, 3. Ist sicher? Passwort ist Zahl. Buchstaben und was will man mehr? Da kommt ja keiner rein. Wer kommt da drauf? 1, 2, 3. Ah! Oh, Gottes. Angie! Danke für 10 Euro! Dankeschön meine Süße! Ich wollte einfach mal Danke sagen, dass ich... Ach, ach, Angie. Weil ich danke dir, dass du zuschaust. Angie, danke für 10 Euro. Danke euch allen. Angie! Und hallo zu Kami. Danke für das Thema. Angie, vielen lieben Dank. Dankeschön. Und hallo Jasminchen! Jetzt wurde zuerst mal gesappt. Jasminchen! Danke für 2 Euro. Magdann, der Simsy, heiter mich jedes Mal. Och, Jasminchen, ich danke dir schön, dass du da bist. Hallo ihr Süßes. Oh Gott, das war im Spiel dran. Äh, im Dings dran. Jasminchen, danke für 2 Euro. Herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist. Danke fürs Zuschauen. Warte mal. Brigitte. 1, 2, 3. Das kann nicht sein. Das ist immer... Warte mal, wie... Oh. Okay. Gut. Dann... Dann... Dann eben nicht. Okay. Dann, äh... Äh... Hier. Oh, Kamera. Hier. Ah. Please hold the Interaction Button to move the camera. Was ist der Interaction Button? Ah, Night Vision haben wir auch. Und was ist... Oh, da bin ich! Hallo! Ich sehe mich! Ich hoffe, er hat das bisher schon... Ich muss gerade mal fragen. Na ja, alles gut, Charlles. Wie geht's dir? Herzlich Willkommen. Okay. Also... Ich hoffe, ich da sitz. Ich finde es cool, dass man sich selber sieht. Weil das ist im Spiel eigentlich oft nicht so. Ja, da ist offen. Bisschen was regelt's denn da? Aber wie ist das... Was? Warum ist das jetzt so Gruselmusik? Versuchst du mein Haus? Oh, das ist der Wäscheraum! Der steht wie nackt bei mir im Zimmer rum! Kann ich mir... Warte mal! Kann ich mit ihr reden? Hello? It's me! Ich drück gerade Shift an. How are you? Waaah... Wack away, waaay! Sie hört mich nicht. Sie zeigt doch, wenn das... Oh, sie zeigt doch den Linkschalter! Ich soll den nicht so da ausmachen. Warte mal, ist die jetzt da? Wenn ich jetzt wie... Ist die jetzt weg, wenn ich mit der Kamp... Sie liegt ja vom Lichtschalter! Das stimmt! Oh... Ich muss ja warte... Ist jetzt... Die ist bestimmt doch nicht oben, oder? Und ich mein, das ist ein geiles Mädchen. Die kann ich... Die kann ich mit meinen Judo-Künsten... Kann ich die überrammen! Jetzt ist es hinter mir! Aber ich mach sowas nicht! Ich muss jetzt rauf! Ich muss halt rauf! Ich glaube, ich muss das Licht abdrehen! Wollt sie damit sagen, ne? Oh Gott! Oh Leute! Uuuu! 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 Das will eine Donation! Uuuu! 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 Geh' dir bitte einschalten. Hallo meine Süße, wie geht's dir? Danke für sie... Und jetzt bin ich hier und Angie noch einmal! Angie und Viking! Und vielen Dank auch noch einmal Khalisi Wolf. Danke für 2 Euro! Vielen lieben Dank euch! Für den Schoki ein wenig Nervennahrung! Immer gehe. Brauche. Brauche ein... Und Herr Beut! Und ihr Bruder, danke für den Raid! Dankeschön! Noi! Darf ich einen Kaffee? und ein Saturo. Okay, danke. Danke, die Proja. Danke für den Raid. Wie geht's dir? Okay, wenn ich die weiterleite. Der ist schon geil, aber muss man sagen. Der ist schon nice. Danke nochmal zu Misha und schön, dass du da bist und ich würde mich freuen, wenn du dich mehr liest. Aber macht doch keinen Stress. Du kannst auch gerne lurken. Ich freue mich einfach nur, wenn du da bist. Vielen Dank, meine Süße. Dankeschön. Und auch nochmal Angie und Jasminchen herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und auch Viking. Kopf hoch, wir sehen sich dieses Jahr, aber denk dran. Ach, danke. Oh, ich habe jetzt... Jetzt kommt die. Die sich auch einfach dahinter verstecken können. Ist jetzt Licht abdrehen? Oh, Das ist ein Trailer. Oh, scheiße. Sind die da? Oh, 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 Bitte komm wieder. Wenn wer weg ist Oh Gott, Gott Dank Wo kann ich jetzt reden? Sie versteht mich jetzt Oh Gott Hallo Are you here? Scheiße Marvin Kann ich das nicht wieder aufdrehen? Where are you? Sie sagt go away? Okay, I go away I go away, I will send the Marvin Clifford The Marvin Clifford will come and I will go Deal Scheiße Scheiße Ich krieg den Kopf Are you here? Where are you? Ah, warte mal, warte mal, warte mal Voice Recognition Ah, wenn sie nein sagt, dann macht sie dreimal Und wenn sie zweimal Und dann zweimal Okay, also dreimal ist nein Ja ist zweimal Okay, also ich kann jetzt fragen Can you help me? Oh, sie hat schon einmal geklopft Oh, sie hat schon einmal geklopft Do you love me? Do you think Monk the Honk is a stinker? Ist sich noch unsicher Sie muss nur überlegen Frag sie mal, ob sie friendly ist Are you friendly? Oh, sie hat schon einmal geklopft Hey easy, sie hat schon einmal geklopft Thank you Sie sind immer geklopft Hä, das ist doch wohl Wenn die nett ist Dann ist sie okay WTF Wo? Are you friendly? Zweimal Can I help you? Warte mal, sehe ich nur, wenn es zunkel ist? Sehe ich hier wirklich nur, wenn es zunkel ist? Ich muss jetzt wieder das Licht abdrehen Warte, ich mach mal die Kamera an Hallo Area-Menschatz, wie geht's dir? Oh, you find mail Oh, ich find e-mail Boah, ich hoffe, die steht hier hinter mir oder so Okay Exit Mail Ja, äh, okay Aber wie komm ich denn rein? Niproja, hallo mein Schatz Ich hab das Spiel aber schon ganz lange in der Liste in Niproja Oder, oder hab ich? Ne, ich hab den Ich hab den Entwickler angeschrieben War das vielleicht Vielleicht wegen dir Aber es muss schon lange her sein Vielleicht war es wirklich wegen dir Weil ich glaub, mich hat wirklich melanchiert Dass ich den antreiben kann Und da hab ich's gemacht Vielleicht machst du es Aber es ist schon länger her You find Logindaten Ja, aber wo find ich die Logindaten? Ja, aber wo find ich die Logindaten? You find mail Jasminchen nochmal meine hübsche Dankeschön Wünsche dir alle im Chat ein schönes neues Jahr Auch wenn man sich jetzt nicht be- Ja, Jasminchen, das kommt ja Überhaupt nicht doch Du bist ja Heute war doch schon guter Start, Jasminchen Schöner Ich hoffe, du bleibst noch ein bisschen Danke für drei Euro nochmal Dankeschön Jasminchen, ich wünsche dir schönen Abend Und ich hoffe, dir gefällt es hier Ey, hallo, Mimki mein Schatz Wie geht's dir? Tate, danke für fünf Gifte Zapps Hallo, Mensch Muss ich die Lichter ausmachen vielleicht? Dankeschön, Jasmin, äh, Jasminchen Oh, Tate nochmal für fünf Gifte Zapps Ja, oh Vielen lieben Dank Schön, dass du da bist Danke, dass du Zuschauer von mir bist Vielen Dank Do you have the E-Mail-Passport? Where are you? Mach mal die Lichter aus Okay, hab ich versucht, aber irgendwie Warte mal Oh Aber Wie kriege ich die Ah, hier drüben Der wird in der Waschbeschule Ey, ich hab Angst, dass die halt kommt, ne? Oh Wie kriege ich denn das Licht aus? Ah, da Das ist bestimmt bloß Das ist doch ein Mädchen Das ist ein kleines Mädchen Ich mein, oh Gott, wenn die jetzt hinter mir steht Das ist vielleicht doof, dass ich das Licht ausgemacht habe Oh, das ist ja beruhigend Oh, bin ich da froh, dass ich im Dunkeln sitz Geht doch darum, dass sie kommt Bei mir nicht Bei mir geht es darum, dass sie weg bleibt Oh, das ist ja Oh, das ist ja Oh, das ist ja So, ich geh jetzt Wieder gehen Geht gut, Leute Mach's einen schönen Abend Bleiben selber schön da Schön das Leben lang Ich hoffe, dir gefällt es bitte Zieh, ich finde dieses Spiel bis jetzt Ich finde es eigentlich ganz cool Also, noch nicht so viel passiert, ne? Bin gespannt, wie es noch wird Was ist das jetzt? Okay Wo kommt die? Hallo, ich hab... Wo kommt das jetzt her? Hallo, oh, oh Oh Wo ist das jetzt? Was war das? Was war das? No, ich danke Was war jetzt? Ich muss leise sein in dem Spiel Oh, das ist ja ein schlechtes Spiel für mich Ich kann doch nicht leise sein Ich hab das nur nicht gelernt Aber warum war denn das jetzt da? Ich hab nix gemacht Are you here? Are you friendly? Oh, und zweimal? Hey, die ist doch voll in Ordnung Ich hab mein Vorzimmer jetzt kurz ausgemacht Kann man den Ab... Den Anrufe einfach nochmal hören Ich muss halt rausfinden, wie sie gestorben ist, ne? Ich sollte überall das Licht ausmachen Aber könnte das sein, wenn ich überall das Licht ausmach Dass sie dann mehr kommt Ich mein, darum geht's euch, ich weiß Aber ich will ja auch nicht gleich mit dem Gesicht ins Messer laufen, ha? Aber ich kann schon bis zwei erzählen Frag mal, ob sie mich liebt Okay Do you love me? Jetzt hat was anderes geblickt, ne? Sag mal, help me Help me Help me Das war doch so, das war doch... Help me, ich mach gar nix What do you want, Discord? What do you want? What do you want? What do you want? Oh, sie will gerettet werden! That will become him Chill out Rescue is on the way Hey Zum Glück bin ich da Keine Sorge Ich geh nach oben Ich geh, ist hier oben Ich hab's hier noch nie gesehen Nur auf der Kamera einmal kurz Aber ich schau mal nach oben Also, ich muss mich über das Licht ausmachen Wem geh ich geh? Du gehst hinter mir Du bleibst da, ich sparte Strom Ich geh mal nach oben Ich geh mal nach oben Ich mach mal oben die Lichter aus Im ganz noberen Flug Dann mach ich die Kamera Was dann passiert? Ich hab ein bisschen Angst vor oben Wenn ich einfach mal Ja, so klang auch, als ich zum ersten Mal Gebühr gespielt hab Machen wir keine Sorge, bis dem Haus und ich nicht Bist du am liebsten? Bist du am liebsten? Bist du am liebsten? Bist du am liebsten? Danke Oh, shit Oh, shit Oh, shit Ich muss ganz ehrlich sagen Ich hab schon ein bisschen Schiss Sie dreht das Licht ab Sie dreht das Licht ab Und dann schießt ihr mal da Oh, Gott Du blöde Kuh Ich hab's genau gewusst Hallo Ja, ich kann's nicht machen Ich hab's nicht machen, ich hab die Boys recken Ich... Jan 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 Aber geiler Jumpscare, es ist so kein cheaper Jumpscare, also ist er vielleicht, aber es ist gar nicht gemacht. Die Fußball sind weg. Oh, nee, okay, sie hat den Dreck, der hat aufgestorben, die waren uns vergessen. Stimmt, warum hat sie nicht gesagt, dass sie friendly ist, die blöde Kuh? Oh, wenn ich mich umdrehen, du machst nichts in der Welt. Du wirst mich als ein kleiner Kalb, du wirst mich lieb und freundlich mit mir. Du wirst nicht... ...tear mein Herz aus der Brust. Danke. Jetzt steht sie doch sicher da im Dings, oder? Wenn ich in die Kamera schaue. Wenn ich sie frage, tue Leid zu mir. Schon wieder Schwarzenegger. Ich schaue mal kurz. Oh, okay. Hä? Ma? Sieht, wer steht da? Mein Licht ist zu hell. Sieht da Ma? M-A? Ich habe mich immer noch... Mimki, ich bin auch fertig. Mimki, wir... Mimki, wir schlafen heute zusammen in ein Bett. Ja, du beschützt mich, ich beschützt mich. 1 M-A? Wo ist ne... Achso, da... Aha. Hä, wo ist ne 1? Ach, da oben ist ne 1. Wieder ne Mail. Ja, aber 1 M-A, was soll das bedeuten? Also, ja, okay, aber 1... Und dann M-A? Ne, oder? Ne, das war klar. Tut mir kurz. Well, Matrox. Matrox, aber kein Problem. Matrox. Matrox, tut mir leid. Aber okay, ich muss, ich muss, glaube ich, in jedem Raum so ein bisschen... Ich muss rumlaufen, glaube ich. Und, äh, ne? Die will Niki. Die wollen bestimmt ihre Tage, sind sie immer. Nein, nein, nein. Warte mal, warte mal, warte mal, ich kriege davon. What do you want from me? Hä? Rache! But not from me. Like I said, it was the Rose Onigiri. It was not me. Are you sad? What happened? Are you angry? Is the fridge empty? Ist der Eiskasten leer? Weil dann, dann ist bei uns aber auch, wenn der Kühlschrank leer ist, dann ist es aber auch Katastrophe bei uns. Na, nur damit das weht. Also dann ist, na, also da, äh, 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 da sind die Bauerdemonstrationen doch was Schönes. Also wie gesagt, eins, na, also dann ist wirklich aber ein Unterbauerapokalypse, gell? So. Oh. Was kann ich alles fragen, warte mal What do you want, can you see me, what happened Do something, do something So komme ich mir manchmal vor, wenn manche Leute im Stream anschalten Mach was, komm, mach was Komm du kleine Affe, wo ist der Flo So weit, so komme ich auch vor Go away, ich sage mal do something Go away, can you help me Ihr müsst sie aufschreiben, ich vergesse es immer Warte, ich mache ein Foto Warte, ich mache ein Foto von dem Ganzen und dann lege ich es vor mich hin Weil dann merke ich, weißt du so, dann habe ich zwei Bildschirme So, mit dem Smartphone A, B, Smartphone Samsung, keine Nokia So, äh, ne Äh, warte, bin ich frei Is anyone here? Oh, die Motz vielleicht Oh ja, danke Motz, vielen Dank Ah, der Team und der Rohrweh oder andere Is anyone here? 1, 2 ist ja Ähm, where are you? Ich habe nicht go away gesagt Where are you? Where are you? Ich sage doch nicht, gib! Äh, zweimal ist ja, dreimal ist nein What happened? You look lonely Ich schaue alleine aus Das war die Antwort auf meine Frage Do something Oh, ich hätte es nicht machen sollen Okay, ich gehe wieder nach oben Ich glaube, ich muss immer die Lichter ausmachen Aber komm Oh, was, hier vielleicht auch Blöme Can you hear me? Where are you nochmal? Can you help me? Na, das geht nicht Man kann nur blöde Sachen fragen Ich drehe mal Licht ab Aber ich habe Angst, dass sie dann erst recht kommt Okay Angst, ich habe Gänse Ich glaube, die ist klein auf sich Ich glaube, die ist klein auf sich Ich habe auch sehr charmant gesagt Ja, ich hoffe, ich mache es ein Meister der Ausdruckskunst Ich merke schon Ich gehe mal nach oben Ja, ich hoffe, ich mache es ein kleiner, kleiner Wenn man nur blöde Fragen hat, dann ist auch gut deppert Warum muss man mit ihr reden? Sie kann die Zeichen geben Weil man muss ja Hinweise finden Wie man niemand Na? Du, komm öfter her Du, ihr werdet jetzt alle lachen Aber jeder hat verstanden, was man damit Du, komm öfter her Aber jeder hat verstanden, was man damit meint Ertrunken, sie klingt meine Katze Und sie will Ja, sie ist entrunken Ja, entrunken Aber sie will Rache Ich habe überall jetzt mal das Licht ausgemacht Mr. Renewision Vielen Dank fürs erste Monat Dankeschön Und zimtig Danke dir auch fürs erste Monat Herzlich willkommen bei uns Dankeschön Hallo, ihr zersüchsten Wie geht es euch? Und Gerald, danke für ein Follow Kann man auch mal sagen Gerald, guter Mann Vielen Dank Ähm Zulich, ich glaube Nee, der Ich glaube, ich habe Nee, warte mal Hier ist noch einer Ah, hier Tür kannst du nicht öffnen Flupf die Dünge nicht Nee, leider nicht Ah, jetzt habe ich glaube ich Über, jetzt sollte ich fast überall aushalten Aber Ja, da und da hinten auch noch Gute klopfen wir Schnitzel Ah, sehr gut Ja, jetzt habe ich überall aushalten Außer hier Aber hier, glaube ich Geht nicht So, wir schauen jetzt mal Wir schauen jetzt mal Wahnsinn, ihr nehmt jetzt Danke fürs vierzehnte Monat Dankeschön, mein Schatz Wie geht es dir? Herz Ach, gerade Jasminchen, nochmal Jasminchen, meine hübsche Danke für 14 Euro Danke für sieben Dankeschön Jasminchen, zum ersten Mal da Dankeschön Oh Was? Oh Warte mal, kann ich wieder reden? Jasminchen, Dankeschön Auch ein schönen Abend wünsche ich dir Wenn du schon gehst Hello Where are you? Can you help me? Ja, die war wieder zu lang Auf Twitter unterwegs Na, ich weiß Oh, das tut ja weh Oh, das ist der Knopf Aber ich muss jetzt wieder nach oben Oh Gott Ich will mal fester Could you stop hurting yourself? Die Krankenkasse won't pay that much Ich muss jetzt nach oben Ich glaube nach oben, oder? Hallo Hot Angel, mein Schatz Aber ich glaube, dann kann ich die Lichter doch anlassen Ich glaube, ich muss nach oben So, wo sie war Ich glaube, sie geht mir immer so zeigen, wo ich hin muss Das hat uns cool gemacht Ist ein bisschen so wie eine Geisterbahn Sondern du gehst einfach so den Spuren nach und so Aber das ist ganz okay Ich habe im Internet gelesen, dass so, weil die Performance so scheiße ist Aber die Performance ist doch voll gut Der Spiel läuft super flüssig Weil viele haben gesagt Ich habe doch nichts gesagt Ich war doch ruhig, bis sie da war Ich habe Angst zu reden, Shit, weil ich weiß nicht, ob ich darauf Nein, Diri, danke für 10 Euro Frohes Neues Äh, noch lieber Puzzi, du hast ein frisch gepackenes Zuschauerpack Ich habe dich geheiratet, Nein, Diri Danke für 10 Euro Wir lassen die begrüßen Ich habe dich geheiratet Ich habe schon kein schlechtes Gewissen, weil ich immer für laut zuschaue Ach, man sagt hier nicht Färde, sondern Färden Was? Vielen Dank, Diri Oh, jetzt verstehe ich es Dorn Färden, Dorn Färden, danke für 10 Euro Ich freue mich, wenn Sie einschalten Dankeschön Vielen Dank, Dorn Färden Dankeschön Dorn Färden, nein, die Rebsig erhattet Sorry, falls ich es nicht gelesen habe Guck mal, Dorn Färden Dorn Färden, ich freue mich, wenn du einfach einschaltest Vielen lieben Dank Das versuchts Wart mal Oh, da war das Ach, Dorn Färden Ich habe schon ganz schicktes Gewissen, weil ich immer für laut zuschaue Da, ich hätte so reagieren sollen Daran soll sich die ein Beispiel nehmen Dorn Färden etwas Vielen lieben Dank, Dorn Färden noch mal Ich glaube, ich soll da drücken, wenn wir nicht alles tollen Ich glaube, ich soll da drücken Oh, ich wollte da nicht drücken Are you friendly? Ich rede nicht mit mir Are you friendly? Aber warum, wenn sie freundlich ist, warum töten sie mich dann immer bei der gleichsten Chance? Okay, ja, ich gehe runter, ich gehe runter Die ist beleidigt Natürlich so eine Fris zusammen Oh Moibut, dann wünsche ich euch Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit eurem Partner Ne, ich wünsche euch, äh, gratulation Seit, wohnen sie schon zusammen oder noch nicht? Ich hätte nicht mal reingegangen Ey, Thomas, Thomas Ich würde zum McDonalds gehen und mir ein Chicken holen Ich würde auch gehen Mein Gerhard, hallo, meine Hübsche, wie geht's dir? Ich würde bis jetzt nicht bewegen Ja, so, es wirkt schon irgendwie als bei der Dämonie hier drin, ne? Ich würde es freuen, so sind die halb Japaner halt Tordis Taya, hallo, mein Schatz, wie geht's dir? Oh Brick Äh, nee Eins, zwei, MRK, oder? Nee, Moment, die Zahl ist die Reihenfolge von dem, was man aufschreiben soll Also, MRK, oder? Hab ich recht? Weil eins, zwei, dann, als nächstes wird wahrscheinlich drei Das ist die Reihenfolge, ha? Achso, eins, zwei war A Eins war A Ah, warte mal Oben You'll find mail Wo ist denn, wo ist denn M.A. nochmal gewesen? Oder es sehe ich so, wie das Licht aus ist Ja, das war hier Also, M.A.R.K., also Mark Okay, also M.A.R.K., okay Da Mark war Chat, wer von euch heißt Mark Oh, es könnte aber auf eine Einkaufsliste sein, wegen Tomatenmark Könnte auch sein Könnte jetzt sein, dass sie schreibt Ey, wir haben schon wieder, ich will mal sprechen, ich will in Ewigkeiten Äh, Pizza machen Ja, genau, Tomatenmark, genau Sie, wer von euch heißt Mark? Mein Mann heißt Mark Ja, verrücktes Glück, da war ich mal vorsichtig heute, wenn du in die Küche gehst Pass auf Schi, schi, mein Hübsche Danke, dass du im Neuen Jahr auch da bist Schön, Abend mit dir Küsschen Küsschen Ich hoffe, man ließ sich und ließ sich und küsst sich und Ich hoffe, in der Arbeit ist Kugel Rebe Äh, beim Rebe Oli, sie sagt, dass es kein Blutz an Tomatenmark Ist ja nicht FRK Nee, ist glaube ich er Ich esse Mark Schäger Willst du uns etwas sagen? Ich trinke einen Kaffee dazwischen Oh, der Kaffee ist schon sehr geil, oder? Oh, manchmal schmeckt es halt wirklich gut Jetzt wo du denkst, ah, herrlich Tschüssi, Bani, guten Abend, Hübsche Ich freue mich zu schwimmen Danke, dass du auch noch da bist im Neuen Jahr Kaffee ist liebe, Romeo, geil Nee, danke Okay Oh 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 Meine Seele hat meinen Körper verlassen Und ich weiß nicht, wo sie ist Oh Um Gottes Willen Bist du deppert Oh Oh Ich brauche Ich brauche Ich brauche Ich brauche Ein Kamillentee Bist du deppert Das war schon Das Ding ist halt, weil es so gut war Weil man so genau hingeschaut hat, ne? wenn so ein Horror-Game dich so zwingt, dass du genau hinschaust, weil da irgendwas, du willst was erkennen, wenn das nicht auffällt und, ah, bist du deppert. Oh, okay, ich komme das zusammen, kurz mal. Oh, der Fleurte genau wie ich. Ach, Thomas Sechze, du bekommst das jetzt und nicht davor. Ich glaube, wenn ich da nicht meine, Thomas Sechze, mein Süßer, danke für 10 Euro. Leute, vielen Dank für ganz 10 Euro heute. Vielen lieben Dank. Thomas Sechze, wie geht's dir? Das ist da echt ein Thomas Sech, by the way. Der schaute immer nur bei mir. Thomas Sechze, vielen lieben Dank, wie geht's dir? Das ist ja voll locker. Ich spüre es jetzt noch. Bei Resident Evil steht, glaube ich, dass das mit der Mikrofonanzeige es auf sich hat. Vielleicht muss es ja dann reden lassen. Oh, vielleicht muss ich da dazwischenreden, meinst du? Sie mag dich. Oh, der Lige. Vielen lieben Dank nochmal, Thomas Sechze. Dankeschön. Vielen Dank für 10 Euro. 1700 Zuschauerhammer. Ach, Leute, vielen lieben Dank. Danke auch. Leute, was ist denn jetzt los? 10 days, sage für 20. Dankeschön, meine Süße. Viel lieben Dank. Vielen Dank für deine neue Streams und deine Fähigkeit. Einen blöden Tag in die Gute. Ihr seid doch so süß. Ach, 10 days, sage für 20, meine Süße. Und Thomas Sechze, viel lieben Dank euch beiden. Und dann werden. Neitiri Jasminchen. Dankeschön. Danke, dass auch ihr meinen Tag immer schöner macht. Vielen Dank und schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Also anscheinend ja. Viel lieben Dank. Und Bratwurstkuchen. Danke für zwei giftige Zapps. Dankeschön. Ach, Leute. Viel Wind. Ah, Juni. Ich wohne aber nicht mehr in Wien. Aber Wien ist sehr schön. Wenn ihr dann so redet, dann schiebt doch das kleine Mädchen. Ja. Ich flubsche. Leute, viel lieben Dank. Dankeschön. Gerne, du sollst sogar noch mehr haben. Dann unterhalten ich so. Ach, Leute. Ihr seid alle so süß. Wack, seid so süß, Leute. Ich könnte euch alle küssen. Wack. Ah. Oh, Gott. Das ist ein bisschen. Jetzt auch so mit. Nimm doch vor. Ich hab's noch so. Petini. Danke, die haben reine Süße für 10 Euro. Petini. Leute, viel lieben Dank euch allen. Ach, Leute. Dankeschön. Och, Petini. Die sind ja schon mal sehen. Leute, viel lieben Dank. Leute, ich... Leute, viel Dank. Danke, dass ihr hier seid. Ich spiel weiter. Setz alles auf. Leute, viel lieben Dank. Danke, Petini. Danke, danke, dass ihr einschaltet. Und Petini, auch danke, dass du immer dabei bist. Vielen lieben Dank, meine Süße. Und hallo, Alissa. Alissa, wie geht's dir? Ey, Rani, schalt bitte ein. Ich bin... Hab mich sehr gefreut, dass du das letzte Mal einfach wieder da warst. Rani hat vollkommen ausgereicht. Rani, küsschen dich, mein Mondmädchen. Darf ich euch einsprechen, wenn wir dich irgendwo sehen? Nee, sehr gerne. Ich bin sogar sauer, wenn er es nicht macht. Schmetter, Falke, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich bin immer richtig sauer, wenn Leute sagen, ich hab dich gesehen, aber ich hab dich nie angesprochen. Bitte unbedingt, sehr gerne. Super. Es kommt viel zu selten vor, ich freu mich immer. Letztens, das letzte Mal war am Weihnachtsmarkt im November irgendwann. Das weiß ich noch. Da war irgendjemand, der hat gesagt, ey, Putze. Ich hab gesagt, ja. Hat er gesagt, ey, meine Freundin schaut dich immer. Und er hat ein Foto gemacht. Sehr gerne. Da war ich mit meinen Eltern dort. J.D. Spetili und Thomas D. Vielen lieben Dank euch drei. Dankeschön und danke, dass ihr hier seid im Stream. Putze, hast du mit dem Windows-Raisen-Evil-Film? Man, lass uns gucken, ich hab sogar auf dem Channel hochgelaufen. Zeit-Channel. Kürz und Plus. Ist schon oben. Ach, Grayson, du süß. Leute, ich muss weiterspielen. Grayson, süße Maus. Putze, wir sind bereit für Twitch. Bald kommt hoffentlich der neue Codec von Twitch. Ich hab mich da beworben. Ich hoffe, ich bin würdig. Da gibt's schon einen Codec, damit's noch besser aussieht. Der soll jetzt bald kommen, dieses Jahr. Da kann man sich jetzt für die Beta-Kunde, wenn man sich bewerben. Ich hoffe, da, da. A, M, C, G, A, B, D, F, G, H. Der kommt jetzt. A, V, 1, der auch, hab ich auch. Spiel das bei dem Miki-Spiel nicht. Aber ja. Das ist der Checkpoint. Hallo, mein Schatz. Willst du mit mir weiter, Chat? Vielen lieben Dank nochmal. Petili und Shane, der ist mit Sternenstopp. Danke, bis dritten Monat. Hallo, meine Hübsche. Ist das Spiel lauter geworden gerade? Oder bin ich mir das ein? Ist das Spiel zu laut? Oder war das immer schon so? Schildrose, meine Süße. Ich find's so laut, dass ihr das nicht laut findet. Das ist komisch. Ich freu mich sehr, dass du da bist. Genau wie die Neko. Die ist auch so treu geworden die letzten Tage. Alter, schau mal, wie es da regnet. Oh, Unreal Engine 5 ist schon geil. Der Check ist gut. Bist ins Rätchen gekommen? Das könnte sein. Aber ist meine Stimme im Vergleich? Oh Gott, das will eine Donation. Schiru-San, danke schön, mein Schatz. 10 Euro, damit du mit deiner neuen Geisterfreund auf ein Randevus gehen kannst. Schiru-San, du weißt, dass ich war. Schiru-San, viel da... Ich hab mir Angst, dass sie da ist oder ob das nur Umgebung ist. Schiru-San, danke für 10 Euro. Hallo, Leute, wie geht's dir? Schiru-San, ich lade sie ein auf den Kaffee, aber du kommst mit. Schiru-San, wir machen Zutritt. Komm, komm mit. Schiru-San, vielen Dank für 10 Euro. Wie geht's dir? Oh, shit. Das sind schon wieder die Fruchtfliegen. Ich kenn das Problem. Hey, Hellboy, Spiel ist geil, oder? Ist super. Ich find's auch... Es ist super. Oh, Gottes Willen. Ich dachte, da steht wer dabei war. Oh, das ist so der Scheiß-Lieb... Oh, Alice, die Mutter, der Tag ist, die Mutter. Herzlich willkommen. Schiru-San, danke für 10 Euro, mein Schatz. Und alle, gut nachher, alle schlafen gehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Licht aus, okay. Jetzt kann ich da was machen. Where are you? Are you friendly? Sie sind immer noch freundlich. Are you dead? Give me a sign. Give me a sign. Can you see me? 1, 2, 3, sie konnte mich nicht sehen? Was für ein blöder Geist. Kann ich mal durch Wände schauen? Hahaha. Äh. Can you help me? Can you help me? Can you help me? Can you help me? Do you like the fact that in the Gastronomie there is again 10% more to the food? Maxa, das hat nichts gesagt. Na, gut, okay. Dann reden wir mal, schauen mal kurz nach. So. Man kann ja auch mal fragen, wie sie das findet. Aber ich bin auch kein Fan. So. 2, 0, 0, 09, 2009. Was war das denn? That was a question. Äh, 2009. Katastrophe. Hallo, mein Schatz. Kennt ihr schon den Art war? Mangia hat halt noch eine Süße und Talo Debora. Und Tate noch mal. Oh, Marc 2009. Ist das denn die Nutzername? Wahrscheinlich, oder? Also, nein, zwischen? Das ist eh nichts. Die kümmert sich nur um die Energiepreiskosten. Warum soll ich es sonst nicht los machen? Nix. Ich glaube, ich muss wieder aufstehen und rumgehen. Ich muss mich immer ein bisschen aufnehmen, dann muss ich schauen, ob sich was ändert. Und dann wieder zurück zum... Look behind you. Ne. I won't. No. Oh, chat. Oh, chat. Sie hat gesagt, look behind you. Aber wohin? Are you friendly? Where are you? Können ich mir mit dir reden? Oh Gott, war das... Ist schon geil gemacht. Also, ist schon... Ich finde es super. Ist jetzt kein... Also, ich finde... Ah, das Spiel kostet 8 Euro. Ah, komm, da kann man doch nicht... Oh. Now find password. Ah, jetzt muss ich fast was finden. Ne, what the fuck. Okay. Achso, magst du das? Neue ist eine Nutzername. Aber ich konnte... Achso, ich kann keine Hinweise mehr anschauen, weil vorher ging das ja noch. Lag mit Kultflockenkaffee immer noch mit Narren. Ey, Katastrophe, mein Schatz. Also, ich habe noch kein Corona gehabt bis jetzt. Katastrophe. Ich wünsche dir gute Besserung und dass nichts Schlimmes ist, was mein Vater hatte. Mein Vater war der Einzige, der hatte. Und der hat nur... Der kann nicht schlafen. Der hat so Schlafprobleme jetzt. Aber sonst ist alles okay. Aber gute Besserung an dich. Hallo, Banana Joe, mein Schatz. Wie geht's dir? Ja, ich habe gehört, Herr Apparant. Trotzdem und Leute sind heute. Ja. Habe ich gehört. Habe mich sehr gefreut. Manchmal sind es zu viele. Vielen Dank euch allen. Ohne Schlafprobleme. Mit Wappen hat es so. Seitdem hat er Schlafprobleme. Also, er kann nicht mehr so gut schlafen. Warte, ich zeige. Oh Gott, sie lief unten einfach rum. Sie ist einfach rundherum gelaufen. Oh shit. Sie fängt... Oh, da, ah, da. Geiler Wecker. Das kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Was muss ich machen? Found the first clue for password in the bathroom. Hä? Was denn? Was soll ich denn? Was habe ich jetzt gefunden? Muss ich in die Kamera wieder scha... Wieso? Ich habe gedacht, wir sind zusammen. War sie vielleicht ums Ecken und ich habe sie nicht gesehen? Ich sage immer, wenn sie kommt, kommt der... Äh, ich sage immer, wenn sie kommt, kommt das Mikrofon auf der Seite. Hallo Psycho-Maldmenschatz, wie geht's? Warte mal, ist das... Habe ich das jetzt trotzdem, dieses Passwort? Oh, hier! Und das Passwort! Ein... Ah, S. Oder S. Magst du das neuen S? Oder? Weil wieder eins, zwei, S. Oder? Da am Sturm. Jasminchen, ganz wenig in den Saal noch immer, da ich doch noch ein bisschen weggebe. Jasminchen, danke für 2 Euro. Hallo, meine Hübsche. Du bist immer noch da. What the fucking hell? Es gibt anscheinend in dem Spiel mehrere Enten, Chad. What do you want? What do you want? Hilfe! I'm here! Where are you? Jetzt geht's aber los hier in den Dings. Warum flackert's da hinten schon wieder? Ich muss jetzt hier wohl hingehen, wo es flackert. Oh, 5 ist T, Chad. 5 ist T. T. 1 ist S. 5 ist T. Wann da gerade ein Schatten? Wann da gerade ein Schatten? Maki, komm mit! Habt ihr nicht gesehen, den Schatten gerade, der so gemacht hat? Blümmi! Halt dir meine Hand! Und wenn du Angst hast! Blümmi, drück ruhig zu, ich halte's aus! Ich freue mich sehr, dass du denn da bist. Ich hoffe, dir gefällt's nach dem... Wann ist das denn so oben? Boah, Shay, ich kann mich gar nichts mehr sagen in dem J-Spiel. Ich habe Angst, dass die Stände gehen, wo sie einen oder mich hört. Wann ist das oben? Was, wenn ich fliege, ich berühre, dass du ein Fitteskopf hast. Are you friendly? Oh, sind wir doch friendly, ja? Aber wie... Wieso denn? Ich habe gefragt, ob sie freundlich ist. Und das ist ihr Ding für freundlich. Nachi, meine Hübschen, wie geht's dir? Danke für den Raid. Dankeschön, Nachi, wie geht's dir? Hallo, Süßen. Was, gab... Ja, leid. Warum meine Ohren? Ey, Will of Steel, du, wir sind im Horrorhaus. Man stirbt halt nicht leise. Will of Steel, jetzt reicht's aber. Schön, dass du da bist. Wie geht's, und zeigt sie dir, ihre Liebe. Ja, ich habe gefragt, ob sie freundlich ist. Das war der Dank. Nachi, wie geht's dir? Mia, was hast du gemacht? Wie läuft's in Final? Hast du den neuen Nachi schon gemacht? Den Ayolululu, oder wie der heißt. Ja, also, ich habe ja gefragt, ob sie freundlich ist. Das war jetzt, das war der Friendly? Wie, Dank, Nachi, was hast du gespielt? Final? Oh, shit. Vielleicht darfst du dich, wenn du dich unbedingt nicht weg... Oh, das kann sein. Wir warten auf den neuen Patch, der ja am Dienstle kommt. Das ist ja heute. Welcher neue Patch kommt heute? Ist das wieder unten? Ist heute der Stringschatz los weggeschaut? Ist heute der Stringschatz los weggeschaut? me. Nothing is there. Can I look away now? Oh, go away. Now go away, go away. Das ist ja auch wirklich ruhig, da mit dem Lichtschalter da. Oh, 2SW. SW. SWAT. Nastasja, da kriege ich doch ein kleines Städtchen von dir. Nastasja, wie geht's dir, wo die Ramona ist heimkommend? Sag doch. Warte mal, was kann ich noch alles fragen? Ich habe das Gefühl, ich frage viel zu wenig. Es gibt ja urviel Sachen, was man fragen kann. Show yourself. Das ist eine gute Idee. Show yourself. Show yourself. Where are you? Das Lied kommt mir bekannt vor. Woher kenne ich das? Das Lied kannte ich. Das Lied kenne ich. Das ist ein ganz bekanntes Lied. Wo war das her? War das Minecraft? Minecraft? Oh, das könnte wirklich Minecraft gewesen sein. Das war Minecraft. Ja, das war Minecraft. War das nicht? Ja, das war Minecraft. Und wir waren einkaufen und haben geguckt. Ah, Nastasja, meine Hübschen. Unheimliches Spiel. Nicht, dass die Ramona Angst hat. Die Stromkosten. Schön, dass ihr da seid. Schönen Abend, wünsche euch. Das war wirklich Minecraft. Okay, warte mal. Da geht nochmal, äh, äh, hier, ähm, 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 ähm. Ich hoffe, du schön schimpelst. Ich freue mich auf den nächsten, aber ich weiß gar nicht, was rauskommt. Du hast es geschrieben. Sag doch mal, was kommt raus beim nächsten Patch. Ich hilfe auf Sweat, aber das heißt ja Schweiß. Warum sollte sie mir Schweiß buchstabieren? Was hat es denn davon? I look behind me. I looked. I look. I still look. Show yourself. Where are you? I'm gonna go away. Do something. Can you help me? Can you help me? Can you help me? Do you have a Wärmepumpe in this house? Gali-Grü-Habek. Man kann ja auch die anderen Sachen, man kann ja auch mal die anderen Sachen fragen, ne? Also man muss ja auch nicht immer, ne? So. Man kann ja auch mal die anderen Sachen fragen, ob auch da, wo man da nachhilfen kann. Ah, scheiße, kommt die jetzt? Nee? Oh. D, sexy State-Shit. Hallo, Alex, wie geht's dir? Ist der Photovoltaik-Anlage on the roof? Oh, nicht P. Oh, war das P. Achso, ja, okay, P. Ich sag kurz ein D. Oh, du bist ein D. Ey, du Mensch. Oh, Sie Wunderland, mein Hübschen. Vielen Dank für 10 Euro. Du, bitte, du hast mir doch erst Geld für 16 Minuten abgelassen. Erstmal. Eli, Sie Wunderland, hallo. Ganz lieber Mensch, wie vieles war auch? Eli, Sie Wunderland, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Danke, viel zuvor. Alice, eine Frage. Soll ich dir raushelfen aus dem Wunderland? Oder gefällt's oder? Oh, danke schön, Alice. Wie lieben Dank. Danke schön für 10 Euro. Ey, das heißt, ihr ist supergeil, das Spiel. Mir gefällt's richtig gut. Ich find's super. Danke, Alice. Hallo, meine Hübschen. Ich schau doch so. Ey, look behind me. Die nervt mich mit dem blöden Look behind me. Alice im Wunderland, vielen lieben Dank. Ich versuch mir, alle meine Zuschauer zu merken. Was kann ich über dich wissen? Oder was darf ich über dich wissen? Vielen lieben Dank. Alice, ich danke Ihnen. Herzlich willkommen. Danke, Studinator. Ich habe geredet. Und wenn ich rede, geht das so. SW SWE Fragezeichen TP Sweet P Oh, das könnte es sein. Oh, Sweet Bear ist doch Herzchen. Oder? So, so. Süße kleine Kuschelmaus. Ey, das heißt ja viel lieben. Oh, fuck die Joll! Ist das ein Bug? Can I help? Are you friendly? Are you friendly? Ist das ein Bug? Ist das ein Bug? Oh, hello. Ey, es hat sich nur ready gemacht. Ah! Oh, Leute. Das ist wie ein Eritol. Oh, ey. Oh, ey. Ich schau schon. I looked behind me. I looked behind me. I looked. Oh, jetzt geht es aber los. Jetzt haut einer nach dem anderen raus. Blackzirk, mein Schatz, wie geht es dir? Danke, 14 Euro. Okay. Blackzirk, danke, 14 Euro. Und Alice, ich würde sagen, danke, 14. Danke euch beiden. Schau, dass ich nicht so drauf eingehen kann. J. 7 ist J. Oh, mein Gott. Oh, shit. Ich glaube, ich traue mich echt schlecht. Ey, Babsi, Windeln haben wir da. Babsi, Windeln haben wir da, wenn du brauchst. Wir haben die extra großen auch. Oh. Blackzirk, danke für 14 Euro. Und Alice, danke für 14. Vielen. Shit. Shit. Ich glaube, ich muss mich beeilen. Sie ist nicht mehr die Geduldigste. Ich kann es verstehen. Wenn sie Glück behind you, muss ich mich umdrehen. Ich glaube, ich muss mich beeilen. Ich darf nicht zu langsam. Okay. Ich könnte wirklich von meiner Arbeit mitbringen. Extra Verwachsene. Betriebe ich sehr gerne. Die nehme ich dann. Do something. Do something. Stop doing that. Nastasja, aber du, wenn du auch eine nimmst. Where are you? Are you friendly? Ist dir aufgefallen, dass etwas mit dir redet und das andere kann auch klopfen? Äh. Du. Ich gehe in Versace. Ja. Das habe ich. Das. Das. Doch. Das ist. Au. Das ist mir aufgefallen. Au. Danke für 20 Euro. Vielen lieben Dank. Danke schön. Vielen Dank. Hallo, meine Süße. Wie geht's dir? Das ist mir aufgefallen. Ist dir nicht aufgefallen, dass etwas mit dir redet und das andere kann auch klopfen? Das stimmt. Das ist mir aufgefallen. Ja. Trageditale, wie geht's dir? Danke für 20. Hallo, meine Hübsche. Wie war dein Tag? Denke auch. Das. Ja, dass der Dämon ist, der ist. Trageditale, hallo, meine Süße. Und danke für einen Monat. Heute ist es, Baby, da darfst du es benennen. Wie geht's dir? Ab dem Sanitätshaus, wo euch Pflegemittel verkauft werden, Inkontinenz, Arbeite, Pflege, ZH3. Oh Gott, deswegen. Bettini, vielleicht bin ich mal dein Patient. Ich finde die Stimme eher männlich. Nein, ich glaube, das ist der Dämon. Ja. Danke, trageditale, danke für 20 und für 9 Monate. Danke schön. Trageditale, ganz viel Küste an dich. Und dieses Jahr, dieses Jahr sehen wir uns. Und die Alice im Wunderland, die sehen wir auch. Ganz sicher. Alice, warte mal, du weißt ja, die Alice im Wunderland. Ich habe sie gefragt, was sie macht. Bin eigentlich eher in den Stilzonen und muss sie jetzt mal gewusst erlassen. Ah. Ich finde das Wunderland gar nicht so schlecht. Oh, jetzt. Sorry, ich kann nicht immer alles lesen. Are you Sophia? Ich frage sie mal. Are you Sophia? Warte, ich gehe mal zum Fernsehen und frage nochmal, was sie will. Ich fand das spannend. Weil ich glaube, da kann man noch mehr Sachen rausfinden. Ich kann natürlich jetzt alles einfach durchgehen. Alter. What do you want? What do you want? Hallo, Sam, meine hübsche. Wie geht's dir? Oh Gott, Ronny, ich hoffe, alles ist okay. What do you want? Oh, das klappt doch nicht. Ich habe doch... Ich habe doch geschaut. Will ich zu langsam? Sieht, wo ich mag dich. Ja, ich sehe es. Ja, aber danke für den Augen-Slafgut, mein Schatz. Ich glaube, ich muss wirklich sehen. Jetzt bin ich langsam ungeduldig. Wir gehen vor 6. draußen. Ich geh jetzt nach oben. Warte mal, ich hab wohl den zum Schirm, was ich von mir mag. Was ist, wenn ich nicht umdrehe? Dann glaub ich, sterb ich auch. Ich muss mich schneller umdrehen. What do you want? Just this. Das hat schon mal gesagt. Ich hoffe, in der Firma läuft's gut. Ich geh nach oben. Ich geh nach oben. Ich geh nach oben, Täupe. Wir gehen. Zieh dir die Hose an. Wir gehen. Könnte sein, dass du nicht das machen soll, was von dir aufgefordert wird. Könnte auch sein. Ich stimme, ich hab immer noch was. Ich stimme. Oh. K. Acht ist K, Chat. Ich mach mal nicht was. Oh. Oh, Chat. Achtung. Oh, oh. Tumscare. Blümier. Halt. Ich bin fest. Oh. Jesus. Okay. Ich bin neu, hab dich überkommen und SCG, äh, äh, SCG, ich finde deine quillige Art echt nice Oh Gott, Reborn, ich, Reborn, hallo mein Schatz, ich finde deine quillige Art, äh, echt nice Herzlich willkommen, gebt dir mal den Reborn bei Herz, der ist neu, der muss warm aufgeempfangen werden Oh shit, Reborn bleibt da, ich hab's nicht so gemeint Hier, wo uns hinterher hat irgendwie geschrien, wer jetzt noch glaubt, dass so viel noch lebt Oh Gott, Leute, Leute, vielen Dank, was ist denn heute passiert, warum ging halt so viel Donation Tschüss, danke für 5 Euro, danke für den schöne schien, meine Freundin, ach, der hatte eine зweste Maus Danke, dass du immer dabei bist, die Fandom Reborn, mein Schatz, ah scheiße, das werde ich jetzt auch wieder weil ich halt immer rede und dann kommt die blöde Kuh. Okay, ich muss mich konzentrieren. Ich muss sagen, ich bin schon so ein Lurker, aber ich wollte mal sagen, wie süß ich jetzt finde, wie du mit deiner Community umgehst. Ich versuche mir immer alle zu merken. Ich kenne doch auch alle. Ich kenne alle. Ich kenne die Cabibara. Den Reborn kenne ich seit ein paar Tagen. Seit ein paar Minuten. Aber es kommt mir schon vor ewig. So verliebt bin ich. Ich versuche mal, mal ein Lurker zu stellen. Wer hat denn da geschrien? Ich glaube, das war sie, oder? Aber danke für die lieben Worte. Vielen Dank. Der Empty Jacket ist ehemalig. Oh Gott, Final Fantasy. Nee, ich drehe mich jetzt nicht um. Sie hat gesagt, behind you. Ich drehe mich nicht um. Ey, ich muss nicht machen, was sie sagt. Wie damals in der fünften. Hausarrest. Okay, wie damals. Horror-Pumalo, mein Schatz. Ach. Reborn, mein Schatz. Ich kippe doch. Danke nochmal für die lieben Worte. 4 ist ein E. S-W-H-Suite. P-J-K-P-J-K-Suite. Ey, Kerberus, mein Schatz. Ich kenne auch Leute. Kerberus, du bist die Freundin von Falky. Glaubst du, ich weiß das nicht. centimeter. Danke für 5 Euro. Nicky Metal. Danke für 5 Euro. Danke für die Schauerin Games und dein liebeslustiges Wesen. Ich merke, dass es irgendwie liegt bei mir in der Luft. Sweet Dark and Energy Metal, danke für 5 Euro. Und Tate, danke für 5. Danke euch allen. Sweet PJK. Was könnte das denn sein? Warst du als Kind brav? Äh, ja. Ich... Zu spät. Nein, ich schau nicht. Ich drehe mich nicht um. Nee, 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 ich drehe mich nicht um. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ah, das passt schon. Ich bin fertig. Wobei es nicht fertig ist. Aber ich glaube, ich war als Kind schon brav. Ja, ja. Also ich habe meine Mama mal gefragt und gesagt, eigentlich war ich brav. Als Kind... Sorry, dass jetzt... Als Kind habe ich damals, wenn so Straße war, und da waren so Ameisen, habe ich ihm... Oder so ein Regenwurm. Habe ich ihm die Straße aufgehalten, dass der... Oder eine Schnecke, dass die rüber kann. Habe rüber gemacht. Also ich war eigentlich immer... Ich glaube, ich war brav. Aber ähm... Ja. Also ich glaube... Also ich... Ich habe die immer gesammelt. Ja, das habe ich auch gemacht. So. Aber wer das brav ist, glaube ich, einfach nur lieb. Hier. Ey, jeder Raum ist ja verflucht. Warte mal, kann ich kurz? What do you want? Ah, Rescue. Oh, da hält man die. So, wir schauen mal kurz. Chat, warte mal. Also. Login. Danke für seinen Monotmüll, Schatz. Danke. Herz. Zonfk. Zonfk. Oder, oder, oder damals hier. Oder, oh, chat, oh, chat, oh, chat. Hier damals. Äh. Oh, kennen Sie doch in der Schule damals? Habt Sie auch so geschrieben? Also bei uns haben... Also ich habe das nie gemacht. Aber viele haben damals so geschrieben. So irgendwie so ganz komisch. Das haben wirklich Leute... 2007, 2008. Ich habe das alles so gemacht. Hey, na, wie geht's? Das haben bei uns die Leute uhr aufgemacht. Ich habe das nie gemacht. Aber das waren viele. Ja, die Löffelsprache. Der Horror, ey, da, ja. Ab und zu... Das haben viele damals, ne? Oder, chat, jeder hat ihn gemacht. Oh, hier. Moment. Mal mal, ich... Ich bekomme was auf der Anleitung rein. Moment. Panisch. Nee, nee, nee. Jetzt bin ich gerade am Computer. Nichts wird gepanisch. Ich habe jetzt... Ich bin schon gar nicht in meine Schule. Na ja. Oder, 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 chat, oder. Aber ganz kurz. Das war damals so. Wenn ein Mädchen... Oh, Moment. Hier ist keiner da. Aber sowas damals... Wenn ein Mädchen so kam... Also, Achtung. Warte. Beruhigt. Wir geben was jetzt. Danke für 20 Euro, M&G. Dankeschön. Also, ganz kurz. Wenn ein Mädchen so kam, da war schon die halbe Miete. Damals. Also, da, wenn da hier so... Hey, na. Da wusste man schon... Ui. Na, also, das war damals bei uns schon. Ich weiß nicht, ob er es wüsst. Aber das war damals... Na, ich weiß nicht, ob man das noch mehr kennt. M&G, mein Schatz. Danke für 20 Euro. Auch schon wieder. Heute mal wieder ein richtig toller Stream-Performance. Am Sonntag war auch so gut. Ich hab gemerkt, der Sonntag, der war geil. Der hat mir auch Spaß gemacht. M&G, dankeschön. M&G, ich muss auch sagen, die 20.000 Liegestütze von dir, die waren aber auch gekriegt. M&G, ich hoffe, das Schäte hat geschmeckt. Vielen Dank für 20 Euro. Dankeschön. Vielen Dank. Willst du mit mir gehen? Oh, Lord, rate ich aber. Lord, rate. Ähm. Na klar. Oh. Nee, aber damals wix ich mit einem Mädchen... Also, das war... Noah, hast du so geschrieben, Noah? Hast du so geschrieben? Ja, jetzt schaust du nicht zu. Schaust du meinen Stream nicht, Noah? Nee, und mit dem Doppelpunkt 3. Okay. Nein, das ist nicht so wirklich. Na gut. Aber das ist... Damals war das... Also, ich kann mich nur erinnern. Und eine Zeit lang haben alle das gemacht. Oh, die haben lange Zeit alle gemacht. Oh. Hey. Na, wie geht's? Oh, die haben alle gemacht. Aber heute macht die keiner mehr. Aber damals die alle, ne? Mach ich immer noch. Die machst du heute noch. Ich mach... Ich mach die eher... Ich mach die kaum noch. Das ist noch so irgendwie... Die Monats reicht aber. Doch, ich. Ich mach die immer noch. Aber damals war das... Also, damals haben das alle gemacht. Man muss aber auch sagen, damals haben viel mehr Leute XD gemacht. Aber irgendwie XD wurde dann so oft benutzt, dass man... Dass es dann cool war, die nicht mehr zu benutzen. Also, XD haben eine Zeit lang... Das war damals so ein bisschen Nerdsprache. Und dann haben das aber irgendwie alle benutzt. Und... Und dann haben das irgendwie... Machen... Jetzt machen... Ich glaube, jetzt gibt es halt Emojis, ne? oh hd hd gtl warte mal emme wartiert jetzt muss ich mich noch mal bedanken mlg hd gtl viele machen hey blät lava hey putzi achja blät lava danke viel lieben dank euch alle heute ist ja wahnsinn dankeschön euch allen hey putzi na was es geht ach marvin du bist so einer herr marvin ist ja auch in die schule da hat man schon gemerkt marvin hatte gelappt ich genieße luva was gab es denn noch ja ihn ihn kennt man auch noch ihn kennt man auch noch ihn was gibt es noch lull macht mal lull ist heute ich glaube das xd von damals ist das null von heute glaube ich also ich glaube das ist es äh blätla von der mlg vielen dank noch mal dankeschön früher war es lull aber lull ist glaube ich extremer lull ist also lull ist bisschen dann kommt lull lda gibt es auch die sonst im hintergrund der report das ist die oma könnt ihr mit den abkürzungen gerade so ich wollte noch abkürzen das ist das genade ja schreibt noch wer uvu ja ich uvu ah Alice im unterland wenn du süße wie geht es dir ey vielen dank noch mal Alice auch warte mal mark 2009 wir probieren mal kurz mark 2009 und das passwort ist s w e e ach warte ich soll es vielleicht alles groß oder mark 2009 und das passwort ist s w e e e t p j k sweet peak scheiße das war falsch äh shit alles groß sweet p j k ich bin drin eingeheckt in yumichu's pc rachel manne oh na da da ist es doch it's really nice to meet you too mark did you liked them so happy you're also oh ähm moment rachel manne warte mal wer hat wem geschrieben it's really nice to meet you too mark warte warum rachel manne hey rachel warte mal wer ist denn da mark oh das ohioioioi hey rachel i'm so happy we meet here it's like a super cool adventure hey mark i know right this app is like magic teehee i'm bouncing with joy you're totally right rachel it's like we found a hidden treasure or something what's your favorite ice cream flavor oh der hat hat der mit minderjährigen geflirtelt kann das sein what's your favorite ice cream flavor was dein lieblings was ist euer was ist euer lieblings ice shit oh schwierige frage warte mal ich versuche es auf der ice cream zu machen ich kann nicht nur eine ice cream äh 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 haha ich ich stimme zu eiscreme ist super cool minze wer mag denn minze niemand mag minze ruby duby alles samey meine hübsche wie geht's dir strazio tella also bei mir ist es fiocco und wer fiocco nicht kennt der gucke jetzt mal fiocco mit tegeschrieben walnuss boah ich mag auch ich mag auch Apfel, Zimt und Topfen grafaelo, Peste ich stimme nicht mit der Grund ok also ich glaube der Mark hat mit dieser Rachel geflirtet und ich glaube die war wahrscheinlich noch nicht ganz äh volljährig wenn ich mir das so anschau ice cream ist super also ice cream ist super gut ich mag äh cookies und cream äh das sind cookies ähm aber ich versuche alle Sorten zu äh probieren wir sollten einen Tag eine 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 ice party haben ja eine ice cream eine ice party mit allen Toppings was drauf kommt äh das wird die beste party ever ich weiß es hu hu oh ja ich hab dein Profil gesehen ich hab gesehen dass du Tiere magst was ist dein liebstes furry friend was ist dein liebstes Tier äh ich oh ja Tiere sind super süß ich mag kleine äh Hunde die sind kleine Fellbälle und eins oh ja ich will auch gerne Welpen cool aber ich bin ein großer Fan von Katzen auch von kleinen Kätzchen die spielen so gerne ja ok Kitten oh die Kätzchen sind super nice ich kann nicht verstehen kann ich glauben dass ja beide Tiere mögen oh das ist ja ganz selten äh na super krass ähm wir sind ich fühle als werden wir als wetten wetten wir schon viele Gemeinsamkeiten ähm ich 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 rilist gerade Mail so auf mich anzurufen ich ich kann ich kann er spricht sicher gleich auf Antwort werden wir sollten uns treffen und unsere Freundschaft sollte voll von Gelächter und so sein ja unser kleines abenteuer lass ihn wald gehen und lass uns freudern jede ecke finden ich bin dabei Mark das wird der beste abenteuer ever ich bin super duper begeistert ich auch rachel lass uns hände gehen und in diese wundervolle Geschichte gemeinsam hier ist meine nummer super cool kann ich erwarten zu treffen ah der hat ein bisschen gefreut mit den minderjährigen lauft an oh medication oh medizin oh oh der ist geistig krank der dude das ist die ärztin die ruft den an wegen ihren pillen der hat seine pillen nicht genommen deswegen waren die pillen oben achso ich soll wieder meine medizin nehmen ok aber was habe ich was habe ich denn für problem ok dank schuld ich bin aber nicht fertig mit den e-mails lassen sie mich wieder arbeiten danke schuld ok vanila dir danke für die monate ich will noch weiterlesen warte mal kurz ich fand schon das ist die story quasi gerade mark 2009 ich habe jetzt eine e-mail gelesen ich habe so viel geredet wieder sweet pjk ah ja ok chloe james hallo chloe ich wollte dir nur sagen ich mag ich mag die selfies die du mir geschickt hast du siehst so toll aus auf den selfies oh danke mark ich bin so froh dass sie dir gefallen ich war ein bisschen nervös aber du hast mir Mut zugesprochen du willst mich verarschen du bist super das ist die musik der im hintergrund du bist super fotogen die sind super hübsch also er hat halt geflirtet mit denen oh ja hier meine nummer äh komm vorbei kann der kann das weiß der mark kann das sein dass der mark mit einer bissl geflirtet hat ja der mark schaut dann an den schlimmen finger oh ich erinnere mich an dich wie geht's dir mir geht's gut danke ich kann nicht oh ich kann nicht glauben dass wir beide 14 sind der mark hat's ganzen minderjährigen ausgegeben der hat das 14 jährige ausgegeben am looking forward hey wie geht's dir hey so viel okay der hat sich mit minderjährigen halt getroffen und der hat gesagt er ist so er ist halt auch ein 14 jähriger oh ich bin so froh dass du auch 14 bist ah der mark aber wer ist der mark war der mark der dude nee das war doch der Herr Sakamoto ich glaube nicht oh mark 2009 oh 2009 wegen der jahreszahl 2009 ist er heute 14 doch ich muss leider ich bin gut ich bin gut danke dass du da warst was ne sau ich bin aber nicht der mark oder sophia ist wichtig bitte lass uns das lesen ah jomicho vielen dank sophia ist wichtig okay sophia ist wichtig natürlich um wie geht's ja okay sophia lesen wir noch hallo mark wie geht's dir hallo sophia mein tag war super danke wie geht's dir mir geht's super gut jetzt wo ich mit dir schreibe fühle ich mich super ich muss sagen mark ich beginne dich wirklich langsam zu mögen du siehst aus wie eine super interessante person oh danke sophia das ist sehr lieb von dir ich genieße es ebenfalls mit dir in Kontakt zu treten du hast einen super humor und ein gutes herz ach hör doch auf du machst mich ganz rot aber serious ich kann nicht erwartliche person zu treffen jetzt hier über die app zu reden ist ganz cool aber ich glaube wir haben noch mehr zu discovern wir beide ich stimme dir zu es ist jedes mal anders wenn man die eine person in wirklichkeit trifft wir sollten auch definitiv treffen wenn wir beide damit comfortable also wenn wir uns wohl damit fühlen es ging super nice ich freue mich schon sophia ich freue mich auch ich verschreibe sie ich verschreibe sie mir selber ich fühle mich auch das you intriguing i can't wait to learn more about you ich kann nicht warten mehr über dich kennen zu lernen ähm der ist so da gibt es aber etwas was ich dir sagen sollte bevor wir uns treffen es ist ein bisschen persönlich aber ich will dass du mich besser kennenlernst mein Vater arbeitet sehr viel und ähm und he is hardly ever home und er ist kaum daheim manchmal manchmal bin ich alleine und ich wünschte jemand könnte mehr Zeit mit mir verbringen ich ähm ich weiß es zu schätzen dass du dass du mir da anvertraust sophia es muss äh schrecklich sein ähm wenn du nicht äh genug Zeit mit deinem Vater verbringen kannst ähm ich sehe die man in den Job und schreit er hat einen Job oder äh ist er oft unterwegs ja er ist in einer hohen Position in dieser Firma und das bedeutet er muss viel rumreisen für viele Stunden ich weiß er arbeitet hart für die Familie aber ich vermisse meine Zeit mit ihm äh das kommt mir nur in letzter Zeit sehr häufig in den Kopf ich verstehe wie du dich fühlst es ist super wichtig dass wir mit der Familie gut zusammen ne ähm vielleicht wenn wir treffen kannst du mir more über deine Interessen erzählen und über die Situation und zwar ich bin ich höre dir gerne zu und unterstütze dich gerne ähm danke Mark es bedeutet mir sehr viel dass du das verstehst ähm ähm I look forward to share ich werde ich freue mich dir mehr darüber zu erzählen und über dein Leben auch was zu lernen äh äh betrifft äh so geht es mir auch äh wir machen einen Schritt nach dem anderen worüber die Reise uns hinführt und wer weiß vielleicht finden wir uns äh both find something special vielleicht äh entdecken wir was Spezielles an uns aneinander das geht perfekt Mark euch kann ich erwarten nicht zu sehen an den Land bis später äh äh lasst uns in Kontakt bleiben also er hat auch die Sophia okay er hat also alle ja Sophia Sakamoto also er hat dieser Mark hat alle da irgendwie angeflirtet also die minderjährigen Mädels ne was bedeutet denn die 2009 die 2009 ist die Jahreszahl äh er gibt sich als 14-jähriger aus und äh das Spiel spielt glaube ich 2023 und die Differenz zwischen 2023 bis 2009 ist es dann 14 so hätte ich das jetzt gesagt und dadurch ist es so das ist ja genauso wie da der Reborn der heißt ja 1986 deswegen gehe ich davon aus dass das seine Jahreszahl ist wo er geboren ist oder? die E-Mails sind nicht am PC von Papa äh wir haben uns ja eingeloggt ich glaube die E-Mails ich glaube wir haben uns einfach online irgendeinem E-Mail-Dings eingeloggt oder? hätte ich es gesagt so Carina 82 ich habe meine 14-jährige Tochter bei dem Chat kriege ich echt den Gänse ja ist das ist halt also ich glaube deswegen ist es halt auch ganz wichtig dass man die schon irgendwie ich glaube heutzutage ist es halt schon schwer so ein bisschen auf seine Kinder aufzupassen gerade durch Internet und sowas aber ich glaube deswegen ist es halt so wichtig dass man halt auch irgendwie ich glaube deswegen ist es wichtig dass man weiß ey wo ist meine Tochter heute und ich kann die Angst verstehen weil es sind ja schon komische Leute da draußen aufgeschrieben kann ich schon verstehen also passt auf euch auf und auf eure Kinderlands hat sich im in eine Flur umge warte mal ich sitze doch da what do you want where are you give me oh give me a sign mittlerweile also 37 Jahre alt nein 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 ich schau nicht hinter mich lass mich hin tun hallo Samus den Hackmenschatz wie geht's dir where are you can you do something spinne äh Dingens muss nicht sein oh oh Chums oder oh hallo Jumichu und alles es war er die ganze Zeit sind das all die Leichen von den Kindern oh wer ist er der Jakoboto hä war das der Besitzer des Hauses Samus den Hackmenschatz wie geht's dir wie geht's dir wie geht's dir in den unheimlichen Gebäude lag der Detective White Leiblos ähm der Season Investigator hat been rooflessly silenced forever still by the very man that had been closing it on oh der Season Investigator hat been rooflessly silenced also der der Detektiv er wurde für immer äh zum Schweigen gebracht quasi äh 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 bei den Dude der äh ja also der Sakamoto hat mich quasi umgebracht ne das ist Mist gleich schlechtes Ende wirst du zugeben was man tun muss um ein gutes Ende zu bekommen es gibt zwei Enden Chat es gibt ein gutes und ein schlechtes ich hab ihn weh es gibt noch ein gutes Ende gell also das war wahrscheinlich jetzt schlecht ich will es gute auch noch machen also war es dann aber das ist ein bisschen komisch hat jetzt der Dude seine mit seiner eigene Tochter geflirtet also das ist ja irgendwie komisch dann oder also hat der mit sein weil der hat ja dieser Mark 2009 das war dieser Dude der hat mit hat der mit allen der hat mit seinen mit allen äh also der hat auch mit seiner Tochter geflirtet das neue ist generell komisch oder sie waren sein Computer denke um das zu wissen oh ja aber die hat er dann umgebracht ok es gibt glaube ich noch ein gutes Ende das war glaube ich das schlechte Ende wie kriege ich oh White's relentless pursuit of truth his stocked determination on a level the prime secrets held within these walls that brought him face to face with a darker reality that he could have imagined also der die Suche nach der nach der bitteren Wahrheit hat dem äh und um das Scamnis aufzudecken äh hat den hat ihn quasi immer hat ihm hat ihm das Leben gekostet okay also Mr. Sakamoto Sofias Vater war schuld daran an den an die verschrollenen Kindern und an seiner Tochter auch aber ich verstehe nicht er hat damit sein doch geflirt das ist irgendwie komisch ich meine das gibt es auch aber das ist komisch but the revelation had come too late White's discovery cut short by a brutal end aber es war zu spät Wyatt äh Wyatt Suche hat ein schnelles Ende gefunden quasi when his body was found on the crime scene the once bustling apartment was now an eerie silence mit Sakamoto noch mit dem Sinn als der Körper gefunden wurde ähm war eine unheimliche stille in der Luft Sakamoto wurde nie wieder gesehen äh okay ähm es gibt aber anscheinend ein gutes Ende auch noch weiß wer wie man das kriegt und wenn ja ist es schwer zu kriegen ich glaube man auf der Stimme die einem was sagt nicht folgen nur den geschriebenen Nachrichten aber eigentlich macht das keinen Sinn der Geist der Geist darf dich nicht fangen also ich muss das Spiel durchspielen also die 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 Reise von Detective White hat jetzt erst begonnen was was vor dir liegt was vor dir liegt wird dich atemlos lassen wenn das dann wenn es dir gefallen hat gib gerne eine Review äh Physik und Mysteries und okay wenn du noch irgendwie mehr erfahren willst schon auf Discord und folgen uns auf Twitter x der Schatten hat mehr Geheimnisse bis dann sieht dich im wir sehen sich im und der Geist darf dich nicht fangen dann kriegst das gute Ende das ist komisch oder und wenn mich dann der Geist findet wie kann ich dann neu starten Sakara ich weiß es nicht das kommt ganz drauf an es ist jetzt gerade halb elf okay ich glaube das wir können das Spiel schon nochmal spielen aber jetzt nochmal das ganze Ende nochmal weil das Ding ist halt wenn ihr mich halt jetzt einmal findet dann habe ich das schlechte Ende schon wieder das wäre nächst schön aber ja ich würde es ich könnte im Internet schauen ob es ein gutes Ende gibt wenn es schon gibt ich weiß es hell shit okay warte ich weiß nicht ob sich lohnt langweilig aber langsam habe was gefunden okay wir spielen noch was ich muss aber jetzt noch kurz schauen was aber ich fand sehr gut ich fand es mit mir so gut